Auf die Ohren, ein Podcast mit Shelly und Christiane. Heute, Shelly und Christiane freuen sich auf OnStage. Oh, übst du schon? Ja. Man muss ja hier also... Fresh sein für eine halbe Stunde Podcast. Fresh sein. Und dann müssen wir noch weiter jubeln üben und... Trommeln üben, weil... OnStage! Wuhu! OnStage. Live. Live. Live mit Sarah und Shelly. Also der Großen, der Mitgründerin, nicht mir, also mir auch, aber... Ja. Christiane und ich, Shelly, fahren nämlich zu OnStage Live! Yeah! Nach Dortmund. In 14 Tagen geht's los. Ja, unglaublich, oder? In 14 Tagen ist fast schon wieder rum. Nicht drüber nachdenken. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, OnStage ist quasi... Und auch OnStage im November ist ja das große Stampin' Up Event. Und die Live-Veranstaltung geht über drei Tage. Bloß ein Abendessen. Ah, dreieinhalb Tage, genau. Ich darf da ja hin, zu dem Abendessen. Ja. Falls ihr letzt... Ah, du kommst nächstes Jahr auch mit. Ja. Arbeiten wir dran? Ja. Nächstes Jahr Elite Silber. Yes. Yes, ma'am. Also, ich brauche auf jeden Fall noch Kunden und Teammitglieder. Mhm. Ja. Kann nicht schaden. Genau. Nee, ähm, ich darf ja schon zum Abendessen am Abend zuvor zur Center Stage für die Führungskräfte. Und Donnerstagmorgen ist dann die Anmeldung. Du hast was vergessen. Was denn? Wenn sie auf Center Stage ist, dann kann sie sich mit lauter tollen Dingen aus einem super leckeren Abendessen vollstopfen und nebenbei schon... So weit war ich doch noch gar nicht. Wenn du schon bei Donnerstagmorgen bist, warst du da schon vorbei. Oh, stimmt. Ja, also, wenn ich auf der Center Stage bin, an Center Stage teilnehme, dann bekomme ich auch schon den neuen Katalog. Und jetzt ratet mal, wer bei mir um halb zehn oder um zehn Uhr abends spätestens auf der Mathe sitzt. Ich. Und schreit, Katalog, hier, Jenny, komm mal hier, du fährst gleich bei mir vorbei, kannst sie mal gleich hier mal abnehmen. Jenny, wir sind im Motel, du musst, wenn du von der Autobahn kommst und nach Hause willst, bei uns quasi vorbei. Ja, richtig. Wer ist denn euch? Ja, ich nehme doch noch jemanden mit. Ach, du nimmst jemanden mit? Ja. Das ist ja voll wieder. Obwohl, mitnehmen ist falsch, wir treffen uns da. Ja. Ist ja wieder fast die Hälfte. Ja, ungefähr. Also zwei Drittel, ein Drittel. Genau. Ja. Aber nee, das funktioniert nicht, weil meine Freundin kommt erst Donnerstag. Das stimmt. Ich bin Mittwoch noch ganz alleine. Aber du hast mich. Ich bin bei deinem Mann. Ja. Genau. Machst mit dem Mann einen Burger oder so. Ja. Wenn du dann bei meinem Mann bist, ne? Hm. Dann kannst du auch bei mir zu Hause noch vielleicht so eine Minute das Deckblatt angucken. Weil wir kriegen nämlich schon hoffentlich, wer weiß, ob das vielleicht beim Live anders ist. Wir werden ja sehen. Ich war ja noch nie da. Du warst ja schon in Amsterdam beim Live. Ja, da war es aber anders, weil da war nur Donnerstag und da sind Donnerstag nach der Hauptveranstaltung die Führungskräfte in einen Reisebus gestiegen und in ein Restaurant gefahren. Ah ja. Und nicht Mittwochabend schon. Ja, das war irgendwie jetzt anders. Das war jetzt... Aus Gründen. Nee, ich hab keine Ahnung warum. Einfach anders geplant wahrscheinlich. Berlin anders. Und also wenn die lokalen Veranstaltungen sind, dann ist Center Stadium auch abends so vor. Und dieses Jahr ist es beim Live das erste Mal so, dass die Live Center Stage am Vorabend stattfindet. Vielleicht auch, um es ein bisschen zu entzerren. Weil wenn du morgens die Anreise hast, an den langen Tag und dann nochmal drei Stunden drauf... Ja, vielleicht ist doch einfach nur nichts frei. Weil wenn ich mich richtig erinnere, dann ist an dem Wochenende in Dortmund noch mehr los. Vielleicht gibt es auch einfach keinen Tisch mehr für so viele tolle Führungskräfte wie euch. Ach so, du meinst, wir sind einfach zu viele. Ja. Wir werden sie übernehmen. Ja. Wir sind nicht die Borg. Und schon gar nicht die Ingeborg. Das ist übrigens ein Insider, den ich an dieser Stelle nicht erkläre, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Ja, gut. Also wir sind Mittwoch beim Kanalog. Ja, genau. Um da nochmal zurückzukommen, hofft den wir hoffentlich Mittwochabend schon kriegen. Und dann können wir nämlich schon ein bisschen schnüffeln. Schnüffeln. Was es im Frühjahr, Sommer 2020... Schnüff, schnüff. ...zugucken gibt. Ja, wie gesagt, ne? Ja. Schön hier, bisschen mehr. Ja. Woll, Mama. Komm, du hast ja auch nur sechs Wochen Zeit gehabt. Nee. Stimmt. Nee, zehn. Acht? Zehn. Zehn Wochen Zeit. Von Mitte Juli bis Anfang Oktober. Ja, zehn Wochen. Zehn Wochen, ja. Also in zehn Wochen Elite Silber ist schon... Ich glaube nicht so. Sportlich. Das ist, ja... Sportlich. Nee. Ich würde sagen, nicht schaffbar. Naja, nicht ohne weiteres auf jeden Fall. Gibt ja immer so Durchstarter, aber nee. Ah, Prost. Ja, danke schön. Ich musste mal eben hier... ...nochmal einen Schluck trinken. Sabbel mir das Fell auf die Zunge irgendwie. Ja, das ist schon auch sehr, sehr lustig. Darf ich jetzt von Donnerstag weiter erzählen? Ja, Donnerstag beim Einlass kannst du außen rum gehen, weil du schon eingelassen bist. Ja, das hoffe ich ja mal. Weil ich muss nämlich Donnerstag erstmal arbeiten und komme dann ein klein bisschen später Donnerstag. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ja, ich halte ihn für die Shelly frei. Das finde ich gut. Weil ich komme ein bisschen später, weil Donnerstag Nachmittag das erste Event, da muss ich erstmal noch arbeiten. Dann ist Freitag den ganzen Tag Event und Samstag den ganzen Tag Event. Wo man im Katalog schnüffeln kann und alle möglichen Sachen sieht, die es so im Katalog gibt, auf den ganzen Schauwänden. Und ein Make-and-Takes basteln. Sich tolle Projekte angucken kann, die auf der Bühne machen. Oh ja, swappen. Aber swappen müssen wir, glaube ich, ein klein bisschen reden. Ja. Swappen sind kleine, ja, Bastelideen. Genau. Bastelideen ist ein gutes Wort, denn es kann alles sein. Wir in Europa sehen das auch ein klein bisschen anders. Also unsere Kollegen in Nordamerika, die tauschen nämlich immer das, was man hat, das bekommt man auch zurück. Also wenn du jetzt Karten gebastelt hast und die tauschen möchtest, dann tauschst du die auch in Amerika nur mit Leuten, die auch Karten gebastelt haben. Und wenn du 3D-Objekte gebastelt hast, also Geschenkverpackungen, irgendwelche Bilderrahmen oder sonstiges, dann tauschst du die auch nur gegen 3D-Objekte. Und in Deutschland funktioniert das Ganze so, du hast etwas und du tauschst es. Mit egal wem und egal gegen was. Ja. Und die Idee daran ist, dass du eine eigene Idee weitergibst, teile, was du liebst, aber dafür eben auch andere Ideen bekommst. Das Case-Prinzip. Copy and share everything. Ja. Und sag, wer es gemacht hat. Das wäre lobenswert. Deswegen wäre es ja auch ganz schön und das ist in der Vergangenheit echt leider, leider ganz häufig nicht der Fall gewesen, dass auf den Swaps der Name draufsteht. Das ist total wichtig. Das finde ich so schlimm, wenn du so ein Megaprojekt kriegst, wo du super verliebt bist und das ist so toll gebastelt mit so viel Liebe und so viel Arbeit. Du weißt nicht, wer es war. Der Danke, wer auch immer. Du kannst das nicht mal nachbasteln. Weil bei wem möchtest du dich denn für die tolle Idee bedanken? Und so versuche ich also immer wieder zu bitten, egal wer zuhört, wenn es um Swaps geht, schreib wenigstens deinen Vornamen dahin. Wenn du auch keinen Blog hast oder keine Adresse hast oder keine Telefonnummer hast oder keine E-Mail oder kein sonst was. Wenn du nicht sagen willst, wie du mit Nachnamen heißt oder sonst, schreib wenigstens einen Vornamen dahin. Das wäre so toll, weil wir freuen uns darüber. Das ist wie Weihnachten. Ja. Und dann stellen wir die Projekte manchmal vor in irgendwelchen Videos und dann drehen wir die 25 Mal um 180 Grad, weil hier vielleicht, nein, hier, nein, von innen, nein, hier drunter, nein. Und nirgendwo steht der Name und du kannst nicht mal sagen, danke an ABC für dieses tolle Projekt. Ja, das ist immer ganz schade, aber nichtsdestotrotz, Swapen ist einfach toll. Ja. Macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, und manchmal hat man dann das zweifelhafte Glück, einen Anruf zu bekommen. Sag mal du Shelly, du hattest doch mal gesagt, du würdest auch bei uns Stage präsentieren. Möchtest du das noch machen? Ja. Ups, was habe ich da gerade so gesagt? Ja, und dann findest du dich wieder, wie bei mir, letztes Jahr im November in Berlin, meine erste Center Stage Veranstaltung, aber auch gleichzeitig meine Präsentation auf der Bühne vor tausend Leuten. Tausend zweihundert. Nee, in Berlin waren wir nicht so viele, da waren wir tausend. Okay. Tausend zweihundert waren wir jetzt im April in Düsseldorf. Ich hätte gedacht, wir wären in Berlin schon 1200 gewesen und jetzt noch ein paar mehr. Nee. Aber das war halt schon, dann sitzt du da und jede ganze Aktion mit stell dir die Leute eine Unterwäsche vor. A, nein, will ich nicht. Und B, nein. Funktioniert auch nicht. So viele verschiedene Unterwäsche kenne ich gar nicht. Hinterher haben die alle Mini-Maus an. Das ist auch. Das wäre mal witzig. Hashtag lustige Unterwäsche. Schon klar. Ja, und dann, das ist also auch, ne, raus aus der Komfortzone. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Macht man auch nur einmal. Es gibt Leute, die haben das schon mehr als einmal gemacht. Ja? Mhm. Aber nicht so viele. Ja, so ein paar, ne? Ich würde das auch nochmal wieder machen, hab dich das schon wieder laut gesagt. Ich bin dann bestimmt im Urlaub. Was, wenn ich das nochmal machen muss? Warum? Ich meine das so. Nur, weil ich ein bisschen nervös war. Ein bisschen. Ein ganz bisschen. Aber es war cool. Dann nimmt sich ja die Christiane einfach damals mein Handy. Ja. Geht auf meinen Facebook-Account. Ja, damals war ich noch kein Admin auf deiner Seite. Das richtig. Und streamt. Ja. Meine Live-Präsentation. Nicht nur vor tausend Leute bei OnStage, sondern auch noch gleich für die ganze Facebook-Welt, die meinen Stream beziehungsweise meine Seite abonniert haben. Ja. Voll gut, ne? Sehr gut. Vor allem hatte das für mich den großen Vorteil. Ich konnte mir das Ganze hinterher auch nochmal angucken. Was ich erzähle, das Ganze. Verzapft habe. Und ich muss sagen, wenn ihr meine normalen Live-Videos kennt und mein Live von OnStage kennt, ich sehe da nicht viel Unterschied. Und das macht mich wirklich glücklich. Das hat mir echt gut gefallen. Ja. Das bist halt du. Und ich war genau in den zehn Minuten, ich habe die letzten drei Sekunden ablaufen sehen, als ich mich bedankt habe und noch einen schönen Tag gewünscht habe. Das war auf den Punkt. Und ich saß also, yes. Sehr gut. Danach ging es mir dann noch besser. Ja. Dann habe ich auch gegessen. Ja. Ja. Dann war ich dann wieder der Flummi, von dem Christiane letztes Mal schon erzählt hat. Ja. Ein glücklicher Flummi. Ja. Ja, was gibt es dann OnStage noch? Team-Swaps. Oh ja. Tolle Geschenke. Etwas aufwendiger als die allgemeinen Swaps. Ja. Fürs eigene Team. Letztes Mal habe ich ein Ringbuch gebunden in Wunschfarbe. Und habe dann mit den einzelnen Buchstaben jeden Namen da drauf geschrieben. Ich habe auch einen. In Wunschfarbe. Und dann gab es unterschiedliche Kugelschreiber und dann gab es so Kugelschreiberhalter. Die habe ich bestellt. Sowas haben wir leider nicht. Und dann habe ich Kugelschreiber gravieren lassen mit Team Stempelpalast und Stempelpalast & Friends. Und dann habe ich halt je nachdem, wo die Person hingehörte, Kugelschreiber da dran gehängt und das auch noch verteilt. Das war total schön. Ja, haben sich auch alle gefreut. Ja. Ich habe gar nichts mit Stempel-Up als Team-Swap gemacht letztes Mal. Stimmt. Aber es war trotzdem schön. Ja, ich habe kleine Etuis genäht, die man hinstellen kann. Und wo alle Stifte und sowas reinpasst. Also, dass man auch schön seinen Bastelkram organisiert hat. Ja, wie so ein Schlamper habe ich das früher, glaube ich, genannt. Und das Schöne an dem Ding war nur, dass man eine Seite komplett aufmacht und nicht die Bleistifte alle an dem Reißverschluss vorbeipult und abbricht, bis man sie in der Hand hat. Sondern man kann das oben ganz aufmachen und ein bisschen umschlagen. Und dann hat man quasi die Hälfte der Stifte schon frei liegen. Und einen Stiftehalter. Und einen Stiftehalter, genau. Weil das Ding kann nämlich dann stehen. Total gut. Das ist bei mir auch im Dauereinsatz mit den Mundstiften. Weil die habe ich da nämlich jetzt reingestopft. Yay! Ja! Sehr schön. Ja, das ist dann fürs Team oder ich sage jetzt mal für besonders liebe, befreundete Demos, die dann eben so ein besonderes Geschenk bekommen. Das ist übrigens auch was, was mir bei OnStage immer so unglaublich viel Spaß macht. Was ich wahrscheinlich auch ein kleines bisschen beim Live vermissen werde. Weil dadurch, dass es jetzt nicht mehr nur einen Tag ist und dann auch noch einen Samstag, sondern drei Tage, das werden sich einfach nicht alle urlaubstechnisch leisten können. Ja, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig, da hast du recht. Du hast ja auch schon so große Probleme, weil du nicht einfach Urlaub einreichen kannst. Das wäre ja mal was. Du könntest doch einfach an die Tafel schreiben, bin heute nicht da. Das könnte ich machen, das käme ich bestimmt nicht so gut. Die Schüler fänden das mega, glaube ich. Ja. Wir machen einen Ausflug in die Westfalenhalle. Wir machen einen Kreativtag. Sehr gut. Läuft, ne? Das war doch voll die mega Idee. Ja. Ich befürchte nur, das findet sonst nicht so an klar. Ich weiß noch nicht, wie ich die da reinkriegen soll. Soll ich die alle unter meine Fittiche stecken? Ja, also die schreibst du vorher alle noch an. Ach nee, die sind ja minder hier. Das geht nicht. Nee, das würde ich auch nicht machen. Nein. Aber mein Vorteil ist halt tatsächlich, dass Onstage direkt um die Ecke ist. Ja. Sodass ich also nachkommen kann. Genau. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, aber der große Vorteil an Onstage Live ist natürlich, man sieht viel mehr Leute aus dem Rest der Welt. Denn es werden sicherlich ganz viele aus Amerika kommen. Es werden Demos aus Großbritannien kommen. Es gibt ja sonst in Europa kein Event. Naja, es gibt ja auch tatsächlich Demos, die reisen immer zum Live. Egal wo es ist. Ja. Ich denke da gerade an Kylie Bertucci aus Australien. Die kommt auch garantiert. Und ich muss ein Foto haben. Mi, 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 mit Sarah und mit Jenny und mit Kylie und 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 und. Und so. Und überhaupt. Und Foto. Ja. Aber meine Susan kommt vielleicht auch aus Großbritannien. Ja, das ist doch cool. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und vielleicht kommt Diane auch wieder. Ja. Hast du sie gefragt? Wir müssen sie unbedingt fragen. Wir müssen sie noch ganz dringend fragen. Ja. Nicht, dass wir sie verpassen. Nein, das wäre zu schade. Ja. Aber das ist eben auch etwas, das liebe ich an Stampin' Up. Es ist eine absolut grandiose Stimmung. Hm. Das ist also ein echtes Feiern. Manchmal ist die Musik ein bisschen laut. Ja. Manchmal, ja. Ein bisschen. Gerade wenn die... Price Patrol! Kommt. Genau. Price Patrol, kennt ihr das? Ich glaube, da haben wir noch nicht von erzählt. Da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, dass es so verschiedene Produktvorstellungen oder anderes Geschäftstraining gibt. Wie baue ich ein Workshop auf? Oder wie finde ich neue Kunden? Oder, oder, oder. Und oftmals ist es so, dass dann im Anschluss an eine solche, an eine solche, sage ich mal, Show, nein, Show-Einlage ist der Fall schon gesagt, an eine solche Präsentation in irgendeiner Form eine Verlosung stattfindet. Und jeder Teilnehmer bekommt beim Eingang neben seinem Namensschild und seiner Wimpelkette, so könnte man es ja nun auch nennen, oder? Teppich. Ja, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist so ein Schlüsselband, so ein Schlüsselband-Umhänger mit so einem Haken dran. Ein Keyholder. Genau. Und da kann man erst mal sein Namensschild einhaken. Da steht dann drauf, ich bin Christiane Knapp, ich esse Standard. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Das war's. Genau. Und ich bin Bronze. Nee, das kommt da drunter. Genau. Und, also, ich bin Bronze und ich habe ein Team gewonnen und ich habe das Team gefördert und, ähm, ähm, Schnellstart. Ja, Schnellstart, genau. Der kommt da auch noch drunter. Äh, das sind so kleine, naja, die sind vielleicht drei Zentimeter hoch und so breit wie das Namensschild, so Läppchen. Die haben oben, Stoff, ja, die haben oben doppelseitiges Klebewand, da reißt du einfach noch die Schutzfolie von ab und klebst das an den Namensschild. Und das nächste Läppchen klebst du dann an das erste. Und die sind alle unterschiedlich farbig, je nachdem, was drauf steht. Und was man so erreicht hat. Und was man so erreicht hat. Und dann gibt's da Leute, die müssen schon aufpassen, wo sie hintreten. Ja, oder eben, wenn sie aufs Klo gehen, dass das Läppchen nicht im Klo landet. Also, das hat dann wirklich mehr schon so Teppichausmaße. Ja, das stimmt. Was hängt denn da bei mir drin? Da hängt bei mir Elite Silber, Center Stage, Teamförderung, Teamgewinnung. Ja, Umsatz glaube ich nicht. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein paar lustige Läppchen. Auch wenn man die Prämienreise erreicht hat, gibt's da nochmal einen Extrazettel für. Genau, wenn man top irgendwas ist. Genau, top irgendwas und Meilensteine und weiß der Geier was nicht alles. Alles, was man mal so erreichen kann in der Karriere. Hängt da so dran rum. Hängt da so dran. Sieht sehr lustig aus. Genau. Und dann kann da noch dranhängen ein Button, mein erstes On Stage. Ja, da erkennt man Ersttäter dran. Ja. Und dann kann da noch ein Button sein, auf dem entweder eine Zahl oder ein Buchstabe drauf ist. Ja, oder vielleicht lassen sie sich heute ist ja irgendwas anderes einfallen. Aber sonst waren es immer Zahlen oder Buchstaben. Genau, Buchstaben waren es auf dem Live, weil da war es nämlich On Stage. Das war aber auch irgendwo noch schon mal. Ich habe auch schon so ein On Stage. Nee, das hieß Stamp oder Stampin oder irgendwie. Irgendwas gab es da nochmal. Aber Zahlen gab es eben auch ganz häufig. Und dann sind wir nämlich wieder bei der Price Patrol. Diese Zahl muss dann noch mit an diesen Keyholder. Und bei der Price Patrol wird dann also Trommelwirbel die Eins. Und dann leuchtet halt die Eins auf und dann leuchtet das Stempelset oder das Produkt auf, was die Eins gewonnen hat. Und alle Teilnehmer, die eine Eins auf ihrem Button haben, stehen auf und freuen sich. Weil die kriegen das nämlich alle dann geschenkt. Genau. Und das ist eigentlich, nein, bei der Price Patrol ist es immer ein Stempelset gewesen. Bisher. Man muss ja immer sagen, bisher. Genau. Auf dem Live gab es einmal Designerpapier, aber das gab es für alle. Das gab es in Düsseldorf auch. Stimmt. Oder in Berlin oder bei beidem. Nee, in Berlin, in Düsseldorf nicht. Nein, in Düsseldorf, in Berlin nicht. Nein, in Berlin gab es die Tasche nochmal für alle. Die Tasche, genau. Also das ist dann immer das. Irgendwas gibt es immer noch für alle. Ja, ein oder zwei. Ja. Je nachdem. Ja, das ist ja überhaupt das Coolste. Wenn du dich da gerade, dann wenn du da gerade morgens hingehst und sagst, hallo, ich heiße Shelley Schattuhr. Ich versuch das mal gleich auf Englisch. Dann finden die mich auch. und dann kriegt man seine Tasche und in der Tasche ist besagtes Namensschild mit allen Anhängen und ein Stempel-Set und Kugelschreiber und weiß der Geier. Ja, wir hatten schon mal Kalender. Wir hatten auch schon mal Blöcke. Wir hatten auch schon Post-its, gab es auch schon. Mappen. Mappen gab es schon. Ja, es gab auch mal hier so Lichttafeln. Stimmt, die gab es auch schon. Da war ich aber nicht. Ich habe nämlich keine SU-Lichttafeln. Das war in... Wiesbaden. Wiesbaden. Da war ich. Stimmt. Wiesbaden ist so halb deleted in meinem Kopf. Ja, das fischte ich. Ich hatte gerade... Ausgründen. Genau. Hatte gerade spiere Zeit. Ja. Wollte eigentlich eine Woche Urlaub machen. Das war auch schon nix. Und dann war Samstag noch eben on stage. Eben. Wo ich eigentlich gedanklich schon nicht mehr anwesend war. Ja, schade eigentlich. Ja, schade, aber auch das passiert. Und auch da ist es schön, dass wir immer für ein paar da sind. Das wollte ich gerade sagen, weil das einfach toll war. Trotz, dass ich einfach irgendwie vom Kopf her total... Out of order war. Ich hatte erst überlegt, ob ich wieder nach Hause fahre. Es hätte aber nichts gebracht. Und je weiter die Woche fortschritt... Also Ostermontag bin ich gefahren. Das war der Montag vor on stage quasi. Und je weiter die Woche fortschritt, desto mehr liebe Leute kamen in mein Hotel. Und desto mehr Ablenkung hatte ich dann auch. Und der Samstag ging dann tatsächlich als Tag auch sehr, sehr gut. Im Nachhinein weiß ich einfach nicht mehr so viel. Aber das ist einfach auch schön, dass man wirklich dann auch sich... Weil es eben nicht alles nur Arbeitskollegen sind, sondern auch Freundinnen werden. Ja, dass man sich da so ein bisschen reinfallen lassen kann und mitgetragen wird. Das finde ich total gut. Und ich habe eine befreundete Demokollegin, die hat lange überlegt, ob sie einen Job wechseln soll oder nicht. Und also den Hauptjob. Ja. Und auch da hat sie einfach Rat bei uns gesucht und hat mit uns besprochen, weil wir einfach... Wir sind auch keine Kollegen, nicht in ihrer Firma tätig, weder in der alten noch in der neuen. Also so, dass wir einfach ganz außen vor sind. Wir sind auch nicht ihre Familie. Aber man kann nochmal objektiver Rat geben und es ist eine andere... Genau. Es ist eine Atmosphäre oder es ist einfach auch ein Vertrauensverhältnis, was ganz außerhalb nochmal ist. Und das ist total schön. Ja. So. Und Stage-Lichtkegel. Genau, das hatten wir auch in der Tasche. Und dann gibt es noch die Essensmarken. Ja. Für normal, für vegan und für... Nee, vegetarisch. Ach, vegetarisch, genau. Und glutenfrei, glaube ich. Ja. Ja, ich habe das beim letzten Onstage das erste Mal vegetarisches Menü bestellt und war das erste Mal glücklich. Ja, und ich habe schon mehrfach jetzt glutenfrei bestellt. Was ist denn da noch anders? Na, da ist halt schon Fleisch mit bei, aber da ist halt ein glutenfreies Brötchen drin oder ein glutenfreier Muffin oder was es halt immer so gibt. Also es gibt mittags ein Lunchpaket und es gibt auch immer Wasserspender, wo man sich Wasserflaschen, die man mitbringt, auffüllen kann. Aber irgendwo gab es auch Wasser in Flaschen, in kühlschränken, die da seitlich standen. Ja, das wüsste ich nicht. Das war bestimmt Wiesbaden oder in Amsterdam, denn die beiden habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß es nicht mehr. Dann war es Wiesbaden, haha. Ja, bestimmt. Weil Wiesbaden ist ja gelöscht. Aber einmal gab es Kühlschränke und da gab es richtige Gläser auf dem Tisch, das war echt total edel. Ja, schick. Das war aber auch nicht Berlin. Nee. Nee, das muss auch schon ein bisschen länger her sein, ey. Ich und mein Gehirn. Zweimal im Jahr eine Onstage-Veranstaltung. Ja. Ich habe alle mitgemacht bis jetzt. Ja, mir fehlen zwei. Nee, drei. Mir fehlt, als ich anfing, habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt, hieß das noch nicht Onstage, da war es noch eine Convention, glaube ich. Und in dem Jahr war das allererste Mal Onstage in Brüssel. Und mein klassisches Problem, ich kriege für sowas keinen frei. Also war ich da nicht. Das gleiche Schicksal hat mich bei Amsterdam ereilt, weil wenn die Onstage-Veranstaltung auf einem Kontinent live ist, dann gibt es auf diesem Kontinent keine weiteren lokalen Events mehr. Das heißt, jetzt im... Ich glaube, außer in Amerika, ne? Selbst da nicht. Da gibt es auch nur eine. Auch als in Orlando war, war es nur in Orlando. Ja, das war ja 30 Jahre vor Jahr. Ja, aber trotzdem, auch sonst gibt es nur die eine. Und als es eben in Amsterdam war, gab es in Europa sonst keine. Und jetzt, wo es in Deutschland ist, gibt es in Europa auch keine. Das heißt, weder in Frankreich noch in UK gibt es jetzt Onstage-Veranstaltungen, sodass die alle zu uns kommen müssen, wenn sie denn daran teilnehmen wollen. Und das ist natürlich dann der zweifelhafte Haken an der Geschichte, weil es eben nicht so einfach ist, dass man da Urlaub bekommt. Weil es auch in der Regel nicht in den Ferien liegt. Ja, und dann kann man auch nicht dann das am Nachmittag mal eben anreisen, sondern dann muss ja schon ein bisschen früher da sein. Das Problem bei mir war, als Wiesbaden war, da konnte ich auch nicht, denn da ist mein Jüngster, am nächsten Tag mit zur Kommunion gegangen. Und mein Mann hätte mir sehr berechtigterweise was gehustet, wenn ich am Kommunionssamstag abends um zwölf wiederkomme und sonntags morgens um acht Uhr gewehrt bei Fuß stehen muss. Das funktioniert nicht. Ja. Also habe ich schweren Herzens nicht daran teilgenommen. Mhm. Aber gut. Also ich sage ganz ehrlich, ich merke das durchaus, wenn dann diese Veranstaltung ist. Ich bin dann auch traurig, dass ich nicht da bin, weil ich halt eben auch weiß, was es bedeutet. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich zu Onstage Live gehe, weil ich eben weiß, ich werde eine Menge verpassen. Aber das macht nichts. Das, was ich mitnehmen kann, ist toll genug, um das andere Wett zu machen. Ich halte dir einen Platz frei. Du hältst mir einen Platz frei, du passt auf meine Prize Patrol auf, läuft bei mir. Ja, was brauche ich denn jetzt, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich wäre jetzt Ersttäter. Also mein erstes Onstate. Was brauchen wir denn eigentlich alles so für so eine Onstage-Veranstaltung? Als allererstes jemanden, der einen mit Informationen versorgt. So wie wir jetzt. Ja. Und dann muss man entweder mutig sein und einfach hinfahren, weil man dort viele Menschen kennenlernt. Oder man fährt im Team. Das kann man machen. Das machen ja, haben wir, hat ja mein Team letztes Jahr komplett gemacht. Äh, letztes Jahr ist gut. In Düsseldorf komplett waren wir da. Ja, genau. Ich organisiere meistens für Stempelpalast in France irgendwie. Da kommen ein paar Friends immer mit dem Zug. Die fahre ich dann noch in die Hotel. Das ist so der erste Weg mit Koffern und ich weiß nicht was. Erstmal erledigt ist. Das ist so ein bisschen das Taxi, ne? Mama Taxi. Ich bin Mama Taxi, genau. Und versuche halt irgendwie das Team so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. und, äh, dass eben auch niemand, der sonst alleine wäre, ähm, alleine sein muss. Aber es gibt eben auch genügend Demos, die sagen, ja, ist doch egal. Ich kann, lerne da eben wen kennen. Und dann fahren die einfach los. Das finde ich total cool. Das ging mir ja auch so. Genau. Und das ist wirklich eine herzliche Gemeinschaft. Auf jeden Fall. Und setz dich irgendwo hin und lernst schon wen kennen. Ja, was bringst du mit? Ähm, es gibt von Stamping Up, äh, ein paar Tage vor der Veranstaltung in der Regel eine E-Mail, wo drinsteht, bitte bringen Sie folgendes mit, Doppelpunkt, Klebemittel Ihrer Wahl, Schere Ihrer Wahl, Acrylblog Ihrer Wahl, äh, ich glaube, das war es dann auch schon, ne? Wasserflasche. Wasserflasche, genau. Und, ähm, dann gibt es noch die Empfehlung aus dem Team. Ähm. Zwiebellook ist angesagt. In der Regel sind diese Riesenhallen klimatisiert, weil wenn da tausend Weiber ausflirpen, weil sie einen neuen Katalog kriegen, dann haben wir gleich 68,5 Grad in dem Tüttel. Schön wert. Und, ähm, ja, dann reißen die die Klimaanlage auf und wer unter den Klimaanlagen, äh, Auslässen sitzt, der kann sich schon mal warm anziehen. Ja, von wegen. Also, ich kann dir sagen, von der letzten Center Stage, wo ich war, Winterjacke, habe ich gehört. Gerne lacht schon. Ich habe mich mit der Tischdecke zugedeckt. Das war so kalt. Und ich war aber nicht die Einzige. Wir saßen, naja, nur mit ein paar am Tisch. Gut, Center Stage ist deutlich weniger besucht als on stage. Aber wir haben alle gefroren. Ja, weil sie die Klimaanlage aufgerissen haben für so wenige. Wir haben richtig gefroren. Und das war ja so, dass wir zur Probe schon eher da waren, weil, ähm, meine Team-Mami, mit der ich zusammengefahren bin, also ich war das Taxi, ähm, hat präsentiert, ja, und dann verzog sich das alles nach hinten, weil ich ja auch immer erst noch arbeiten muss, in der Regel. Ja, und dann waren wir fertig mit präsentieren und mit noch ein bisschen hier schnacken und da schnacken und schwuppsdiwupps war die Tür abgeschlossen und wir kamen nicht mehr raus. Und draußen vor der Tür standen die ganzen anderen Center Stage-Damen und Herren und wollten rein. Und die kamen nicht rein und wir kamen nicht raus. Immerhin saßen wir zu dem Zeitpunkt noch im Warmen. Ja, dann sitzt man da so an seinem Tisch und wir haben echt gefroren, weil die Jacken und alles waren natürlich im Auto. Also, Zwiebellook ist definitiv angesagt, inklusive Schal, also Tuch, was auch immer, was euch da warm hält. Ja, ein bisschen was Süßes. Ja, ein bisschen mehr. Vielleicht auch mal was Süßes zu trinken. Ich hab immer meinen kalten Kaffee dabei, in irgendwelchen Formen, weil Kaffee ist da auch immer mal schwierig zu kriegen. Ja, also wenn Pause ist, sind die Schlangen auf der Toilette und vor dem Kaffeeautomaten unendlich lang. In Düsseldorf gab es keinen Kaffee. Das stimmt. Da wäre ich bald ausgeflippt. Ja, tut mir auch offiziell leid, dass du keinen Kaffee hattest. Inoffiziell war es dir egal. Ja, weil du trinkst ja keinen. Genau, Kopfschmerztabletten wären nicht schlecht. Das ist nämlich schon, also in Düsseldorf fand ich es jetzt gut. Wir hatten allerdings auch in der letzten Reihe gesessen. Da ging es mit der Akustik. Das fand ich auch nicht schlimm, tatsächlich. Als ich das erste Mal in Düsseldorf war, meine allererste On-Stage-Veranstaltung, da ist mir schlecht geworden vor Lautstärke. Die war noch in der anderen Halle. Ja, ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich konnte nicht mal, also du kannst nicht essen, weil dir das Essen vor Lautstärke im Hals stecken bleibt. Du verstehst deinen Sitznachbarn nicht. Also da arbeiten sie dran und ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist, so riesen Hallen zu beschallen, damit dann der eine meckert, ich verstehe nichts, der andere brüllt es zu laut hier. Da so ein Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, tatsächlich wirklich schwer. Aber das haben sie jetzt in Düsseldorf ganz gut hingekriegt. Ja, Gehörschutz ist was, was ich immer dabei habe, einfach auch genau für den Fall. Ja, so Uropax-Dinger irgendwie. Ja, wenn es dann doch mal zu laut wird oder so. Was total gut ist, es ist eine englische Veranstaltung. Und gerade wenn wir On-Stage-Live da haben in 14 Tagen, dann wird es auch eine englische Veranstaltung sein. Ja. Aber es gibt Simultanübersetzer. Genau. Und zwar auf Deutsch, bestimmt auch auf Niederländisch, Französisch und, haltet euch fest, Gebärdensprache. Ja. Und die beiden sind großartig. Die sind total großartig. Ja, die sitzen dann da. Den ganzen Tag auf der Bühne. Und unterhalten sich mit dem Publikum und miteinander. Ja. Und es ist einfach nur zuckersüß. Es gibt, ich glaube, zwei oder drei Tische schon ganz vorne in der ersten Reihe für die Hörbehinderten, die die Gebärdensprache lesen. Und das ist total süß, wenn man die beobachtet. Ja. Das mag ich gern. Das macht richtig Spaß. Ja, weil sie alle dabei sind. Also, die freuen sich mit Händeschütteln. Ja. Haben wir auch schon gelernt. Machen wir alle mit, wenn da jemand geehrt wird. Händeschütteln. Händeschütteln hochwedeln heißt Applaus. Genau. Ja. Total schön. Was machen wir noch? Eine große Kiste, eine stabile Kiste für die Swaps. Ja. Und die eigenen Swaps natürlich. Und die eigenen Swaps? Bequeme Schuhe. Oh ja. Es sind lange Wege. Und Zahnpasta lächeln. Es gibt ja auch eine Foto-Wein, wo dann also das Team erstmal hingeschleppt wird und Fotos machen und so. Ja, meinst du ja so Make-up-Spiegel und Bürste und... Naja, Zahnpasta lächeln. Hm. Ja. Was brauchen wir noch? Äh, am besten eine Powerbank. Bei den ganzen Fotos und Videos, die ihr den ganzen Tag macht. Video-Licht. Ist eine Powerbank gar nicht schlecht. Genau. Kleines Bastellicht haben einige von uns immer mit. Wer denn basteln möchte. Ich bastel on stage nicht so gerne. Ich nehme mir das immer alles mit für die Make-and-takes. Aber ich persönlich bastel nicht so gerne, weil ich eher kreativ bin als Entspannung. Und mir das zu wuselig ist und ich zu aufgedreht bin und ich dann einfach mich nicht aufs Basteln konzentrieren kann. Und bevor es schief geht, nehme ich es lieber mit nach Hause und mache es dann in Ruhe. Und nutze die Bastelzeit zur Toilette. Das ist ein ganz heißer Tipp. Toll. Wenn du diesen Tipp jetzt gibst, dann können wir das nächstes Jahr auch schon wieder nicht mehr machen. Ja, dann machen wir das dann, wenn... Ach so. Genau. Pause ist. Weil wenn die alle zwei basteln. Ich nutze die Bastelzeit manchmal zum Basteln, aber eben auch nochmal zum Weiterswappen oder eben zum Austausch, dass man sich mit Leuten nochmal unterhalten kann. Schau, wenn du angucken. Schau, wenn du fotografieren. Hm. Ja, also ich nehme keine echte Kamera mit. Ich habe ein gutes Handy, aber wenn ihr eine Kamera habt, mit der ihr arbeiten wollt, funktioniert das natürlich auch hervorragend. Ja. Eine Tasche gibt es ja in der Regel immer und da passt auch eine Menge rein normalerweise. Aber das ist so der Punkt, ein bis zwei Taschen können einfach auch nicht schaden. Genau. Ich habe meistens so ein Rollding mit, weil das alles zu schleppen, gerade auch so Getränke für den ganzen Tag, da macht man schon Affenarme, wenn du vom Parkplatz aus quer über das Messegelände... Zwei Kilometer läuft. Zwei Kilometer da Halle rein, eine Stunde stehen, bis du dann alles eingecheckt hast und weißt, wo du sitzt und dann da durch die halbe Halle zum Sitzen, dann... Weißt du auch, was du getan hast? Dann bist du schon mal fertig, bevor es überhaupt angefangen hat. Mir fiel gerade noch was ein zu mitbringen. Das ist schon wieder weg. Na, vielleicht kommt es ja noch wieder wärmer noch ein paar Minuten. Ja. Jojo, ein paar Minuten haben wir noch. Kannst du es lesen? Wir haben schon voll überzogen, sagst du? Wir haben schon eigentlich unsere halbe Stunde voll überzogen, aber ich glaube, da ist niemand böse drum. Ich denke noch mal eben darüber nach, was mir gerade noch einfiel. Ach so. Ziemlich parallel mit der E-Mail, in der Stamping Up erzählt, was wir mitbringen sollen, gibt es eine zweite E-Mail, in der steht, was wir auf dieser Onstage-Veranstaltung fotografieren, filmen und veröffentlichen dürfen. In den letzten Onstage-Veranstaltungen war es immer so, dass wir alles zeigen durften, außer Katalog-Innenseiten. Es gab aber auch schon Onstage-Veranstaltungen, da war alles andere auch geheimnis. Ja. Und schon gar nicht vor Montag. Genau. Und dann durfte also irgendwie Montagabend oder Dienstagabend oder irgend sowas, dann durften die Infos erst schließen, wenn alle ihre Onstage-Veranstaltungen hatten. Jetzt ist es aber so, dass wir quasi Mittwochabend schon anfangen können und... Spoiler! Kylie Bertucci. Nee, die ist ja da. Aber normalerweise kann man bei Kylie Bertucci immer schön Mittwoch schon gucken, was da so los ist, weil die das gleich alles schön postet und die Infos schon verteilt. Genau. Und da in dieser E-Mail von Stamping Up steht eben drin, wie wir das handhaben. Wie gesagt, in den letzten Onstage-Veranstaltungen war es immer so, dass wir alles zeigen durften, außer Katalog-Innenseiten. Und ja, da muss man sich dann auch dran halten. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da eben an die Regeln hält, weil sonst müssen wir im Zweifel wieder verschärft werden. Ja. Was ich ganz schade finden würde, weil dann kann ich keine tollen Projekte mehr zeigen und... Das stimmt. Sind wir ehrlich, wir sind ja auch total begeistert. Ja. Wenn wir dann da sind. Ja. So. Und dann hätte ich auch nicht so ein schönes Live von dir machen können. Ja, das stimmt. Weißt du was? Na. Wir gehen jetzt Koffer backen. Ja. Hast du deine Swaps schon fertig? Ja. Ja, zeig mal. Guck mal hier. Oh. Oh. Wie geil. Ja. Aber hallo, ne? Ja. Und du? Ich kriege... Ich muss noch... Also hier muss noch... Guck, da muss noch ein bisschen Glitzer drauf und dann... Hier noch und dann... Oh. Haha. Ich freu mich. Ja, aber kriegst du erst Onstage. Ja. Also. Dann sehen wir uns ja in knapp zwei Wochen schon wieder. Ja. Sehen wir dich auch. Wir freuen uns jedenfalls. Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.